Gesund, fit und aktiv. Das Promoveo-Angebot an Aquakursen ist einzigartig in der gesamten Chiemsee-Region. Die Kurse im angenehmen temperierten Trainingsbecken der Chiemgau-Thermen finden das ganze Jahr über in Kursstaffeln mit in der Regel zehn Einheiten statt. Hervorragend als Präventionskurs eignet sich das klassische Aquafitness-Training. Ein Ganzkörpertraining zum Muskelaufbau, zur Mobilisierung und Dehnung. Beim Aquacycling absolvieren Sie ein Gelenk- und bänderschonendes Ganzkörpertraining auf speziellen Aquabikes. Ideal zur Straffung des Bindegewebes und als Aufbautraining nach Verletzungen. Hüftschwung unter Wasser beim Aquasumba. Das ist Aquatraining mal ganz anders. Mit Tanz im Wasser zu lateinamerikanischen Rhythmen. Ein hoher Trainingserfolg und viel Spaß sind garantiert. Bei den regelmäßig stattfindenden Aquasumba-Partys gibt es zusätzlich eine stimmungsvolle Beleuchtung. In Ihrem Promoveo-Trainings- und Gesundheitszentrum im ersten Stock der Chiemgau-Thermen in Bad Endorf.